In einem ruhigen Winkel, wo mir ein breiter Felsen den Sturm abhielt, als ich zu Mittag Schwarzbrot, Wurst und Käse. Nach ein paar Stunden Bergaufmarsch, nach starkem Winde, der erste Biss in ein belegtes Brot. Das ist eine Lust, fast die einzige, die noch das ganze durchdringend Köstliche bis zur Sättigung beglückende der echten Knabenfreuden hat. Morgen werde ich vielleicht an der Stelle im Buchenwald vorüberkommen, an der ich den ersten Kuss von Julie bekam, auf einem Ausflug des Bürgervereins Concordia, in den ich Julius wegen eingetreten war. Am Tag nach jenem Ausflug trat ich wieder aus. Und übermorgen vielleicht, wenn es glückt, werde ich sie selber wieder sehen. Sie hat einen wohlhabenden Kaufmann namens Herschel geheiratet und sie soll drei Kinder haben, von denen eins ihr auffallend gleicht und auch Julie heißt. Mehr weiß ich nicht. Ist auch mehr als genug. Aber ich weiß noch genau, wie ich ihr ein Jahr nach meiner Abreise aus der Fremde schrieb, dass ich keine Aussicht auf Stellung und Geld verdienst habe und dass sie nicht auf mich warten möge. Sie schrieb zurück, ich solle ihr und mir das Herz nicht unnötig schwer machen. Sie werde da sein, wenn ich wiederkäme, sei es bald oder spät. Und ein halbes Jahr später schrieb sie doch wieder und bat sich frei für jenen Herrschel. Und im Leid und Zorn schrieb ich ihr keinen Brief, sondern telegrafierte ihr mit meinem letzten Geld vier oder fünf geschäftsmäßige Worte. Die gingen übers Meer und waren nicht zu widerrufen. Es geht so närrisch im Leben zu. War es Zufall oder Schicksalshohn oder kam es vom Mut der Verzweiflung? Kaum lag das Liebesglück in Scherben. Da kam Erfolg und Gewinn und Geld wie hergezaubert. Da war das Nimmer erhoffte im Spiel und erreicht und war doch wertlos. Das Schicksal hat Mucken, dachte ich, und vertrank mit Kameraden in zwei Tagen und Nächten eine Brusttasche voll Banknoten. Doch an diese Geschichte dachte ich nicht lange, als ich nach der Mahlzeit mein leeres Wurstpapier den Wind hinwarf und in den Mantel gewickelt Mittagsast hielt. Ich dachte lieber an meine damalige Liebe und an Julias Gestalt und Gesicht. Das schmale Gesicht mit den noblen Brauen und den großen dunklen Augen. Und dachte lieber an den Tag im Buchenwald, wie sie langsam und widerstrebend mir nachgab und dann bei meinen Küssen zitterte und dann endlich wieder küsste und ganz leise wie aus einem Traum hervorlächelte, während noch Tränen an ihren Wimpern glänzten. Ah, vergangene Dinge. Das Beste daran aber war nicht das Küssen und nicht das abendliche zusammen promenieren oder heimlich tun. Das Beste war die Kraft, die mir aus jener Liebe floss. Die fröhliche Kraft, für sie zu leben, zu streiten, durch Feuer und Wasser zu gehen, sich wegwerfen können für einen Augenblick, Jahre opfern können für das Lächeln einer Frau. Das ist Glück. Und das ist mir unverloren. Pfeifen stand ich auf und ging weiter. Als die Straße jenseits vom Hügelkamm abwärts sank und ich genötigt war, vom Anblick der Seeweite Abschied zu nehmen, lag eben die Sonne schon dem Untergehen nah im Kampf mit trägen, gelben Wolkenmassen, die sie langsam umschleierten und umschlangen. Ich hielt inne und schaute rastend den fabelhaften Vorgehen am Himmel zu. Hellgelbe Lichtbündel strahlten vom Rande einer schweren Molkenbank in die Höhe und gegen Osten. Rasch entzündete sich der ganze Himmel. Gelb-rot, glühend, purpurne Streifen durchschnitten den Raum. Zur gleichen Zeit wurden alle Berge dunkelblau. An den Seeufern brannte das rötlich-welke Ried wie Heidefeuer. Dann verschwand alles gelb und das rote Licht wurde warm und milde und spielte paradiesisch und traumzarte hingehauchte Schleierwölkchen und lief in tausend feinen Adern rosenrot durch mattgraue Nebelwände, deren Grau sich langsam mit dem Rot zu einem unsäglich schönen Lilaton vermischte. Der See wurde tiefblau und nahezu schwarz. Die Untiefen in der Nähe der Ufer traten hellgrün mit scharfen Rändern hervor. Als der fast schmerzlich schöne Farbenkampf erlosch, dessen Feuer und rapide Flüchtigkeit an großen Horizonten immer etwas hinreißend Kühnes hat, wandte ich mich landeinwärts und blickte erstaunt in eine schon völlig abendklare, gekühlte Tälerlandschaft. Unter einem großen Nussbaum trat ich auf eine bei der Lese vergessene Frucht, hob sie auf und schälte mir die frische Lichtbraune feuchte Nuss heraus. Und als ich sie zerbiss und den scharfen Geruch und Geschmack verspürte, überraschte mich unversehens eine Erinnerung. Wie von einem Stück Spiegelglas ein Lichtstall reflektiert und in einen dunklen Raum geworfen wird, so blitzt oft mitten im Gegenwärtigen, durch eine Nichtigkeit entzündet, ein vergessenes, längst gewesenes Stückchen Leben auf. Erschreckend und unheimlich. Das Erlebnis, an das ich in jenem Augenblick nach vielleicht zwölf oder mehr Jahren zum ersten Mal wieder dachte, war mir ebenso peinlich wie teuer. Als ich mit etwa 15 Jahren auswärts in einem Gymnasium war, besuchte mich eines Tages im Herbst meine Mutter. Ich hielt mich sehr kühl und stolz, wie es mein Gymnasiasten-Hochmut forderte und tat ihr mit hundert Kleinigkeiten weh. Anderen Tages reiste sie wieder ab, kam aber vorher noch ans Schulhaus und wartete unsere Morgenpause ab. Als wir lärmend aus den Klassenzimmern hervorbrachen, stand sie bescheiden und lächelnd draußen und ihre schönen und gütigen Augen lachten mir schon von Weitem entgegen. Mich aber genierte die Gegenwart meiner Mitschüler. Darum ging ich ihr nur langsam entgegen, nickte ihr leicht hinzu und trat so auf, dass sie ihre Absicht, mir einen Abschiedskuss und Segen zu geben, aufgeben musste. Betrübt, aber tapfer lächelte sie mich an und plötzlich lief sie schnell über die Straße zur Bude eines Fruchthändlers, kaufte ein Pfund Nüsse und gab mir die Tüte in die Hand. Dann ging sie fort zur Eisenbahn und ich sah sie mit ihrer kleinen altmodischen Ledertasche um die Straßenecke verschwinden. Kaum war sie mir aus den Augen, so tat mir alles bitter leid. Und ich hätte ihr meine törichte Bubenroheit unter Tränen abbitten mögen. Da kam einer meiner Kameraden vorbei, mein Hauptrival in Angelegenheiten des Savoir-Vivre. Bonbons von Mamachen, fragte er boshaft lächelnd. Ich, sofort wieder stolz, bot ihm die Tüte an und da er nicht annahm, verteilte ich alle Nüsse, ohne eine für mich zu behalten, an die Kleinen von der vierten Klasse. Zornig biss ich auf meine Nuss, erwarf die Schalen ins schwärzliche Laub, das den Boden bedeckte und wanderte auf der bequemen Straße unter einem grün-blau- und golden verhauchten Späthimmel hin zu Tal und bald darauf an Herbst gelben Birken und fröhlichen Vogelbärbischen vorbei, in die bläuliche Dämmerung junger Tannenstände und dann in die tiefen Schatten Eines hohen Buchenwaldes hinein.